Troll, der Konstrukteur, baute einmal eine achtgeschossige, vernunftbegabte Maschine, die er, als er mit der wichtigen Arbeit fertig war, zuerst mit weißem Lack bestrich. Dann malte er die Ecken lila an, betrachtete sie von fern und fügte vorn noch ein kleines Muster hinzu. Dort aber, wo man sich ihre Stirn zu denken hatte, gab er ihr einen kleinen Apfelsinenfarbenen Tupfer und stellte, äußerst mit sich selbst zufrieden und leise vor sich hinpfeifend, sozusagen aus reiner Routine, die sakramentale Frage, wie viel denn zwei plus zwei sei. Die Maschine lief an. Zuerst flammten ihre Lampen auf, die Leitungen funkelten, die Ströme rauschten, gleich Wasser fällen, die Kopplungen summten, dann begannen die Spulen zu glühen, es schwirrte und rasselte, es dröhnte und hallte im ganzen Tal, das Trost schließlich der Gedanke kam, er werde ihr einen besonderen Denkdämpfer anfertigen müssen. Die Maschine indes arbeitete weiter, als müsste sie das schwierigste Problem im ganzen Kosmos lösen. Die Erde bebte, der Sand rutschte ihr vom Vibrieren unter den Füßen weg, die Sicherungen schossen wie Korken aus den Flaschen und die Relais barsten vor Anstrengung. Endlich, als Troll bereits Missbehagen von diesem Getöse empfand, hielt die Maschine plötzlich inne und sagte mit Donnerstimme, sieben. Nein, nein, meine Liebe, versetzte Troll oben hin. Auf keinen Fall, es ist vier. Sei so gut und berichtige dich. Wie viel ist zwei plus zwei? Sieben, antwortete unverzüglich die Maschine. Troll seufzte und musste sich wohl oder übel die Arbeitsschürze wieder umlegen, die er bereits abgenommen hatte, krempelte die Ärmel hoch, öffnete die untere Klappe und kroch in die Maschine. Er kam lange nicht heraus. Man hörte, wie er mit dem Hammer klopfte, wie er etwas abschraubte, schweißte, lötete, wie er herumlief, über die blechernden Stufen polterte, einmal ins sechste Stockwerk, einmal in das achte, dann gleich nach unten raste. Er ließ den Strom laufen, bis es zischte und den Funkenstrecken lila Schnurrbärte wuchsen. So plagte er sich zwei Stunden, bis er voll gerust, aber zufrieden wieder an die frische Luft kam, sein Werkzeug zusammenlegte, die Schürze auf die Erde warf, sich Gesicht und Hände rieb und im Weggehen gewissermaßen, um seine Ruhe zu haben, fragte, wie viel ist zwei plus zwei? Sieben, erwiderte die Maschine. Troll fluchte schauderhaft, aber es war nichts zu machen. Wieder begann er darin zu bohren, reparierte, knüpfte Leitungen, lötete, stellte um und als er zum dritten Mal erfuhr, dass zwei plus zwei sieben sei, setzte er sich verzweifelt auf die unterste Stufe der Maschine und saß so, bis Klappautius erschien. Der fragte Troll, was los sei, denn er sähe aus, als sei er soeben von einer Beerdigung zurückgekehrt und Troll schilderte seine Sorgen. Klappautius kroch mehrere Male in die Maschine, suchte dies und das zu verbessern, fragte, wie viel zwei plus eins sei und bekam die Antwort sechs. Eins plus eins betrug nach ihrer Vorstellung null. Klappautius kratzte sich am Kopf, räusperte sich und sagte, Mein Freund, da ist nichts zu machen. Man muss der Wahrheit ins Auge sehen. Du hast eine andere Maschine gebaut, als du gewollt hast. Immerhin hat jede negative Erscheinung auch ihre positive Seite, zum Beispiel diese Maschine hier. Da bin ich aber neugierig, erwiderte Troll und versetzte dem Fundament, auf dem er saß, einen Fußtritt. Hör auf, sagte die Maschine. Da siehst du, empfindlich ist sie. Also, was wollte ich nur sagen? Es ist zweifellos eine dumme Maschine, aber das ist keine gewöhnliche, durchschnittliche Dummheit. Oh nein, es ist, wie ich sehe, und ich bin, wie du weißt, ein vortrefflicher Spezialist. Es ist die dümmste, vernunftbegabte Maschine auf der ganzen Welt, und das will etwas heißen. Sie absichtlich zu bauen, wäre gar nicht einfach. Im Gegenteil, ich glaube, es würde niemandem gelingen. Sie ist nämlich nicht nur dumm, sie ist auch stur wie ein Hauklotz. Das heißt, sie hat Charakter, wie er übrigens Idioten eignet, denn die sind gewöhnlich schrecklich verbohrt. Hol der Teufel, so eine Maschine, sagte Troll und gab ihr einen zweiten Fußtritt. Ich erteile dir eine ernste Warnung. Hör auf, sagte die Maschine. Da, bitte, da hast du schon eine ernste Warnung, kommentierte Klappautius trocken. Du siehst, sie ist nicht nur empfindlich, sie ist auch stumpfsinnig und hartnäckig. Sie ist auch leicht zu beleidigen und mit so vielen Merkmalen lässt sich manches erzählen. Hoho, lass dir das gesagt sein.« »Na schön, aber was soll ich mit dir anfangen?« fragte Troll. »Freilich, es fällt mir in diesem Augenblick schwer, darauf eine Antwort zu geben. Zum Beispiel könntest du eine Ausstellung machen mit Eintrittsgeld und mit Eintrittskarten, damit jeder, der Lust hat, sich die dümmste, vernunftbegabte Maschine auf der Welt ansehen kann. Wie viele Stockwerke hat sie denn? Acht?« »Ich bitte dich. Solch einen Idioten hat bisher niemand gesehen. Diese Ausstellung wird dir nicht nur die Kosten ersetzen, sondern auch...« »Lass mich zufrieden. Ich mache Ausstellungen nicht mit,« entgegnete Troll, stand auf, und da er sich nicht bändigen konnte, versetzte er der Maschine noch einen Fußtritt. »Ich erteile dir die dritte ernsthafte Warnung,« sagte die Maschine. »Ich will nicht weiter rechnen. Ich verweigere die Antwort auf Fragen aus dem Bereich der Mathematik.« »Sie verweigert. Seht sie an,« rief Troll ärgerlich und zutiefst betroffen. »Nach der sechs kommt die acht bei ihr. Verstehst du, Klappautius? Nicht die sieben, sondern die acht. Und sie hat die Stirn, eine solche Ausführung mathematischer Aufgaben zu verweigern. Da hast du's. Da, da, willst du noch mehr?« Hierauf fing die Maschine an zu zittern und versuchte, ohne auch nur ein Wort zu verlieren, sich mit aller Macht von ihrem Fundament loszureißen. Sie lag tief, also verborgen sich zahlreiche Träger, doch schließlich kroch sie aus der Grube, in der nur zerbröckelte Betonklötze mit den herausragenden Armierungsstäben zurückblieben und rückte wie eine schreitende Festung gegen Klappautius und Troll vor. Der Letztere war durch das unfassbare Geschehen so verblüfft, dass er sich nicht einmal bemühte, sich vor der Maschine zu verbergen, die ganz offensichtlich vorhatte, ihn zu zermalmen. Erst Klappautius, der sich seine Geistesgegenwart bewahrt hatte, packte ihn am Arm und zog ihn mit Gewalt fort, und so rannten beide ein gutes Stück. Als sie sich umwandten, sahen sie wie die Maschine, schwankend wie ein hoher Turm, langsam einherging und mit jedem Schritt fast bis zum ersten Stockwerk versank, aber starrsinnig, unermüdlich, machte sie sich vom Sand frei und strebte straks auf sie zu. »Nein, das hat es auf der Welt noch nicht gegeben«, sagte Troll, indem die Luft vor Staunen wegblieb. »Die Maschine rebelliert. Was tun?« »Warten und beobachten«, erwiderte Klappautius besonnen. »Vielleicht klärt es sich auf.« Vorläufig ließ nichts darauf schließen. Die Maschine, die festeren Boden erreicht hatte, kam schneller voran. In ihrem Innern pfiff, zischte und rasselte es. »Gleich wird die Einstellung und die Programmierung ausfallen«, brummte Troll. »Dann fliegt sie auseinander und wird stehen bleiben.« »Nein«, erwiderte Klappautius. »Das ist ein Sonderfall. Sie ist so dumm, dass ihr nicht einmal schaden würde, wenn man die Verteileranlage stoppte. Pass auf, da! Lass uns fliehen!« Die Maschine geriet sichtlich in Fahrt, um sie niederzuwalzen. Sie rannten also, so schnell sie konnten, und hinter sich hörten sie das entsetzliche rhythmische Stampfgeräusch. »So liefen sie. Was sollten sie auch sonst tun?« Sie wollten an ihren Heimatort zurück. Aber die Maschine verhinderte es, indem sie durch Flankieren vom beabsichtigten Weg abdrängte und sie unerbittlich zwang, in eine immer ödere Wüstenlandschaft einzudringen. Allmählich tauchten Berge aus den tiefhängenden Nebeln auf, düster und zerklüftet. Troll rannte Keuchen zu Klappautius. »Hör zu, wir fliehen in einen engen Hohlweg. Dorthin, wo sie uns nicht folgen kann, die verdammte... Wie?« »Es wäre besser, wenn wir gerade ausliefen«, sagte Klappautius schnaufend. »Nicht weit von hier liegt eine kleine Ortschaft. Wie sie heißt, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls finden wir dort... Schutz...« Sie rannten gerade aus und erblickten bald die ersten Häuser vor sich. Um diese Tageszeit waren die Straßen fast leer. Sie liefen ein gut Stück Weges, ohne auch nur eine lebende Seele anzutreffen. Da kündete entsetzlicher Lärm, wie wenn eine Steinlawine auf den Rand der Siedlung niedergegangen wäre, dass auch die Maschine angelangt war. Troll schaute sich um und stöhnte. »Du, lieber Himmel, sieh nur, Klappautius, sie reißt die Häuser ein.« In der Tat raste die Maschine, die ihnen hartnäckig nachsetzte, wie ein stählerner Berg durch Häusermauern, und Ziegelschutt zeichnete ihren Weg, über dem weiße Kalkstaubwolken schwebten. Entsetzensschreie Verschüttete halten wieder. Auf den Straßen wimmelte es von Menschen. Troll und Klappautius hetzten schwer atmend, bis sie an ein großes Rathaus gelangten, wo sie im Nu über die Treppe in den tiefen Keller rannten. »So, hier erreicht sie uns nicht, selbst wenn das ganze Rathaus uns über dem Kopf einstürzen sollte,« schnaufte Klappautius. »Der Teufel hat mich geritten, dir heute einen Besuch abzustatten. Ich war neugierig, wie dir die Arbeit von der Hand geht. Na bitte, ich habe es erfahren.« »Still«, erwiderte Troll, »da kommt wer.« In der Tat öffnete sich die Tür des Gewölbes, und der Bürgermeister mit einigen Ratsherren kam herein. Troll schämte sich darzulegen, was die außergewöhnliche und zugleich schauderhafte Geschichte verursacht haben mochte, also kam ihm Klappautius zu Hilfe. Der Bürgermeister hörte ihm stumm zu. Plötzlich erbebten die Wände, die Erde schwankte, und in dem tief unten versteckten Keller hörte man durchdringendes Krachen einstürzender Mauern. »Sie ist schon hier?«, rief Troll. »Ja,« sagte der Bürgermeister, »und sie fordert eure Auslieferung, da sie sonst die ganze Stadt zerstören wird.« Zur gleichen Zeit drangen irgendwo oben ausgesprochene, nasal klingende, einem stählernden Schnattern ähnliche Worte zu ihnen. »Troll muss hier irgendwo stecken. Ich spüre Troll.« »Ihr wollt uns doch nicht etwa ausliefern?«, fragte der, nachdem die Maschine so hartnäckig verlangte, mit zitternder Stimme. »Wer von euch Troll heißt, muss den Raum verlassen. Der andere kann bleiben. Seine Auslieferung ist nicht zur Bedingung gemacht worden.« »Habt Mitleid.« »Wir sind machtlos,« sagte der Bürgermeister. »Wenn du übrigens hierbleiben solltest, Troll, müsstest du dich für den Schaden, den du der Stadt und ihren Einwohnern zugefügt hast, verantworten, denn deinetwegen hat die Maschine sechzehn Häusern niedergerissen und viele Bürger unter ihren Ruinen begraben. Allein der Umstand, dass du dich im Angesicht des Todes befindest, gestattet mir, dich freizulassen. Geh und komm nicht wieder.« Troll schaute auf die Gesichter der Stadträte, und da er in ihnen sein Urteil geschrieben sah, wandte er sich langsam der Tür zu. »Warte, ich komme mit,« rief Klappauz. »Du?« sagte Troll mit leiser Hoffnung in der Stimme. »Nein,« fügte er nach einer Weile hinzu. »Bleib hier, es ist besser so. Warum solltest du unnötig umkommen?« »Einfach verrückt,« rief Klappauz energisch. »Was denn? Warum sollten wir umkommen? Etwa durch diese eiserne Idiotin? Ach was, das reicht nicht aus, um zwei hervorragende Konstrukteure von der Erdoberfläche wegzuwischen. Komm, mein lieber Troll, nur Mut!« Innerlich gefestigt rannte Troll hinter Klappauzius über die Treppen. Der Markt war leer. Inmitten von Staubwolken, aus denen die Skelette zerstörter Häuser ragten, stand die Maschine, dicke Dampfschwaden ausstoßend, höher als die Türme des Rathauses, über und über befleckt mit dem Ziegelblut der Mauern und mit weißem Pulver beschmiert. »Geb Obacht,« flüsterte Klappauzius. »Sie sieht uns nicht. Wir laufen die erste Gasse nach links, dann nach rechts und dann geradeaus, denn nicht weit von hier beginnen die Berge. Dort verstecken wir uns und denken uns etwas aus, damit ihr ein für allemal die Lust vergeht.« »Auf und davon!« rief er, denn im selben Augenblick hatte die Maschine sie bemerkt und lief ihnen hinterdrein, dass die Fundamente zitterten. Sie rannten, was das Zeug hielt, und gelangten hinter die Stadt. So galoppierten sie etwa eine Meile, während sie das Donnern des Stampfen des Kolosses hinter sich hörten, der sie unnachgiebig verfolgte. »Diesen Hohlweg kenne ich,« rief Klappauzius plötzlich. »Das ist das Bett eines ausgetrockneten Baches, das in die Tiefe der Felsen führt, wo es zahlreiche Höhlen gibt. Schneller, sie wird gleich stehen bleiben.« Sie liefen also den Berg hinauf, stolpernd, mit den Armen fuchtelnd, um Gleichgewicht zu halten, doch die Maschine befand sich stets in gleicher Entfernung hinter ihnen. Über den schwankenden Felsen des ausgetrockneten Baches erreichten sie einen Spalt in den sich auftürmenden Felsen und, als sie hoch oben den schwarzen Eingang zu einer Höhle erblickten, kletterten sie hinauf, ohne auf die Steine zu achten, die sich unter ihren Füßen lösten. Kälte und Finsternis drangen durch die große Öffnung im Felsen. Eilends sprangen sie hinein, liefen noch ein paar Schritte und hielten an. »So, hier wären wir sicher,« sagte Troll, der seine Ruhe wiedererlangt hatte. »Ich schaue mal hinaus, um zu sehen, wo sie steckt.« »Gib Acht,« warnte Klappauzius. »Vorsichtig trat Troll, an die Öffnung der Höhle, beugte sich hinaus und sprang plötzlich erschrocken zurück. »Sie kommt den Berg herauf,« rief er. »Sei unbesorgt, sie kommt bestimmt nicht herein,« sagte Klappauzius ein wenig unsicher. »Was ist das? Es scheint dunkel geworden zu sein.« Ein großer Schatten verhüllte in diesem Augenblick den Himmel, der bisher durch den Höhleneingang zu sehen gewesen war, und darin zeigte sich für einen Augenblick die stählerne, glatte, dicht vernietete Wand der Maschine, die langsam an den Felsen gerückt war. Auf diese Weise war die Höhle gewissermaßen mit einem stählernen Deckel von außen luftdicht abgeschlossen. »Gefangen sind wir,« flüsterte Troll, und seine Stimme zitterte umso mehr, als völlige Dunkelheit eingetreten war. »Das war idiotisch von uns,« rief Klappauzius entrüstet, »in eine Höhle zu laufen, die sie verbarrikadieren kann. Wie konnten wir nur so etwas tun?« »Was meinst du wohl, was sie plant?«, fragte Troll nach längerem Schweigen. »Um sich auszurechnen, dass wir hier rauskommen wollen, braucht man keinen besonderen Verstand.« Wieder herrschte Schweigen. Troll ging in dem Dunkel auf Zehenspitzen, streckte die Hände vor, in die Richtung, wo sich der Höhlenausgang befand, und tastete den Felsen ab, bis er den glatten Stahl berührte, der warm war, als ob er von innen beheizt wäre. »Ich fühle dich, Troll,« donnerte die eiserne Stimme in dem verschlossenen Raum. Troll wich zurück, setzte sich auf einen Felsblock neben dem Freund, und so saßen sie eine Weile still, ohne sich zu rühren. Schließlich flüsterte Klappauzius, »hier können wir durch Sitzen nichts erreichen. Es geht nicht anders. Ich will versuchen, mit ihr zu verhandeln.« »Hoffnungslos,« sagte Troll, »aber versuchen kannst du es ja. Vielleicht lässt sie wenigstens dich heil hinaus.« »Nicht doch,« sagte begütigend Klappauzius zu ihm, trat an die im Dunkeln unsichtbare Felsöffnung und rief, »Hallo, hörst du uns?« »Ich höre,« erwiderte die Maschine. »Hör zu, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Weißt du, es ist ein kleines Missverständnis zwischen uns entstanden, aber das ist doch im Grunde eine Kleinigkeit. Troll hatte gar nicht die Absicht.« »Troll werde ich vernichten,« sagte die Maschine. »Zuvor hat er mir aber eine Frage zu beantworten. Wie viel 2 plus 2 ist?« »Ach, das wird er dir beantworten, und zwar so, dass du zufrieden sein wirst, und sicherlich wirst du dich mit ihm vertragen, nicht wahr, Troll?«, sagte beruhigend der Vermittler. »Bestimmt,« meinte der mit schwacher Stimme. »So,« sagte die Maschine. »Wie viel ist dann 2 plus 2?« »Vieh...«, »Das heißt 7,« sagte Troll noch leiser. »Haha, nicht 4, sondern 7, was?«, donnerte die Maschine. »Siehst du, 7, natürlich 7, es war schon immer 7,« bestätigte eifrig Klappautius. »Wirst du uns jetzt hinauslassen?«, fragte er vorsichtig. »Nein, Troll soll noch einmal sagen, dass es ihm sehr leid tut, und dann noch, wie viel 2 plus 2 ist.« »Lässt du uns gehen, wenn ich es sage?«, fragte daraufhin Troll. »Ich weiß nicht. Das will ich mir noch überlegen. Du hast mir keine Bedingungen zu stellen. Sag, wie viel ist 2 plus 2?« »Aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du uns doch hinauslassen,« sagte Troll, obwohl Klappautius ihn am Arm zerrte und ihm ins Ohr flüsterte. »Sie ist eine Idiotin. Eine Idiotin. Streit dich nicht mit ihr. Ich flehe dich an.« »Ich lasse dich nicht heraus, wenn es mir nicht passt,« erwiderte die Maschine. »Du wirst mir sowieso sagen, wie viel 2 plus 2 ist.« Troll packte plötzlich die Wut. »Oh, ich will es dir sagen. Du sollst es hören,« rief er. »2 plus 2 ist 4, und 2 mal 2 ist 4. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, wenn du die ganzen Berge in Staub verwandelst, wenn du dich am Meer verschluckst, wenn du den Himmel aussäufst, hörst, du? 2 plus 2 ist 4.« »Troll, du bist verrückt geworden. Was redest du? 2 plus 2 ist 7. Ich bitte Sie, meine Dame. Meine liebe Maschine, 7, 7,« rief Klappautius, bemüht den Freund zu übertönen. »Stimmt nicht. 4. Nur 4. Vom Anfang bis zum Ende der Welt 4,« brüllte Troll, bis seine Stimme versagte. Plötzlich wurden die Felsen unter ihren Füßen von fieberhaftem Schaudern erschüttert. Die Maschine rückte vom Höhleneingang ab, so dass graues Dämmerlicht hereinfiel, und gleichzeitig stieß sie einen durchdringenden Schrei aus. »Das ist nicht wahr. 7. Gleich sagst du es, wenn ich dich packe.« »Nie werd ich es sagen,« erwiderte Troll, so als wäre ihm alles einerlei, und da brach ein Steinhagel über ihre Köpfe herein. Die Maschine begann mit ihrem achtstöckigen Leib ein ums andere Mal den Felshang wie ein Sturmbock zu bearbeiten und schlug sich selbst gegen den senkrechten Hang, bis von den Felsen riesige Brocken absprangen und mit Getöse ins Tal rollten. Donner und der Gestank von Rauch der Kieselerde erfüllten zusammen mit den Funken, die der Stahl gegen den Felsen schlug, die Höhle. Jedoch ließ sich Trolls Stimme durch die höllischen Sturmlaute hin und wieder vernehmen. Unaufhörlich rief er, »Zwei plus zwei ist vier. Vier!« Klappautius versuchte ihm, den Mund mit Gewalt zu stopfen, verstummte aber, denn er wurde heftig zurückgestoßen, und setzte sich, wobei er den Kopf mit den Händen bedeckte. Die Maschine ließ in ihren höllischen Bemühungen nicht nach, und es hatte den Anschein, dass im nächsten Moment die Höhlendecke über den Gefangenen einstürzen, sie zermalmen und für ewig begraben würde. Doch als sie schon alle Hoffnung begraben hatten, als beißender Staub die Luft erfüllte, knirschte es plötzlich entsetzlich, ein Donnerschlag ertönte, stärker als sämtliche Laute des Verbissenen Hämmerns und Stürmens, dann heulte es in der Luft, die schwarze Wand, die die Öffnung verdeckte, verschwand wie vom Sturmwind weggeblasen, und eine Lawine riesiger Felstrümmer stürzte herab. Noch rollte das Echo der Donnerschläge durch das Tal, halte von den Bergen wieder, als beide Freunde den Höhlenausgang erreichten, sich halb hinauslehnten, die Maschine erblickten, die durch den selbst ausgelösten Felssturz zerschmettert und zermalmt da lag, ein gewaltiger Block mitten in ihren acht Stockwerken, durch den sie fast in zwei Teile zerbrochen wäre. Vorsichtig stiegen sie über den noch staubenden Geröllhaufen. Um zum Bett des ausgetrockneten Baches zu gelangen, mussten sie dicht am Wrack der plattdarliegenden Maschine vorbei, das so groß wie ein gestrandetes Schiff war. Stumm blieben beide vor der eingedrückten stählernen Flanke stehen. Die Maschine bewegte sich noch schwach, und man hörte, wie in ihr etwas immer schwächer rasselte und kreiste. »Das also ist dein unrühmliches Ende, und zwei plus zwei ist weiterhin...« hob Troll von Neuem an. Doch in diesem Augenblick summte die Maschine leise und stammelte, kaum hörbar und kaum verständlich, zum letzten Mal... sieben. Hierauf knirschte etwas dünn in ihr, es regnete Steine, und sie starb in einen toten Eisenklumpen verwandelt. Beide Konstrukteure blickten einander an und gingen dann stumm am ausgetrockneten Bach entlang.« »Hier constantly tut.« »Hier constantly vertreten, und schnauert sich an die Maschine« »… »Hier constantly vertreten, und schnauert sich an whiche hier. » »Hier Mediterkeit sind die Beispiele«